. Rosanna, Handy weglegen. Nein. Sofort? Ja. Ich bin bereit. Wir legen los. Übersetze «un concours». Ja? Kannst du noch einen Satz machen? Ähm... Ja. Le concours est très dur. Oh, sehr gut. Le concours sportif est très dur. Ja, jetzt aber. Übersetze «das ist nicht mein Fehler». Ähm... Ça, c'est pas mon... Ja. Faut... Ähm... Einfach heute noch. C'est pas mon... Ma faute? Ma faute? C'est pas ma faute. Umgangssprachlich okay. Was heisst «Decoupé»? A. Entdeckt. B. Schneidet alles. C. Erklärt. Also «schneiden» muss ich sagen, logisch. «Schneiden» ist «Coupé». Von daher könnte «Decoupé» schon «Ausschneiden» heissen. Ich würde mal auf «B» gehen. Bist du sicher? Was heisst «entdeckt»? «Decoupé»? «Decoupé»? «Explicé»? «Erklärt' es ist «B»?» Wie bist du denn jetzt auf das «Ko»? Per Ausschlussverfahren. Okay, gut. Ta-da! Wie sagt man «Befehlsform» auf Französisch? Der Befehlsform. Oh-oh. Ähm. Ich habe vergessen, wie das heisst. Komm, das weisst. Kommandotiv. Nicht raten. Es wäre der Imperativ gewesen. Ah, ein Imperator. Vielleicht packst du ja die nächste. Was heisst «Je trouve l'exposition impressionante» auf Deutsch? Ich finde die Ausstellung beeindruckend. Bootsblitz. Sehr gut. So, letzte Aufgabe. Buchstabier «Esquillia». Ei, ei, ei. Ich kann es probieren. Ja. Ähm. Kann ich es mir hier aufschreiben? Nein, sicher nicht. Nicht? Also «est». Mhm. Binderstricht «ce». Ja. Abstand «q» «u» «e». Aha. Ah, nein. «q» «e». Ah, verwirrt! «S». Rosanna, wir sind Franz, gell? Ja. «est» «ce». «q» «il». «e». «a». «hä». «i», «a». «e». «y», «a». «u». Ja, das ist leider falsch. Nach «q» hat es noch ein «u». Wirklich? Ah ja, wir lassen es eh weg. Oh nein. Okay. Aber fast! Ja, fast gibt halt doch keinen Punkt. So, Rosanna, was denkst du, wie ist es gelaufen? Ähm, ja, ein paar Fehler habe ich schon gemacht. Ich glaube, einen «sechser» gibt es wahrscheinlich nicht. Aber so schlecht war ich glaube ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, so, weiss auch nicht, einen «fuifer» vielleicht. Mal gut eingeschätzt. Es ist es. Fifi. Bravo! Yes!